Hallo, ich bin Marco für Authentic German Learning und durch dieses Video wirst du vielleicht wachsen und deswegen hast du eventuell Angst davor, dieses Video zu schauen. Das fühlt sich einfach richtig toll an hier. Heute kann ich leider nicht rausgehen, wo das Fleisch... Oh ja, aber heute nicht. Ich glaube... Nichts. 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 Jetzt mach sofort das Video aus. Mach ich, mach ich. Der heutige Schnelltipp ist ein Zitat. Und mach dir keine Gedanken über die Teile, die du nicht verstehst. Lehne dich zurück und erlaube den Worten, dich zu umspülen wie Musik. Das war ein Zitat von Mathilda von Roald Dahl. Das übrigens verfilmt wurde und es ist ein wunderbarer Film. Ja, was meine ich damit? Du hast Angst davor, dieses Video zu schauen. Nun, ich möchte mit dir über Wachstumsangst sprechen. Die Angst davor, besser zu werden, die Angst davor, erfolgreich zu sein. Viele Menschen haben Erfolgsangst. Sie haben Angst davor, in ihrem Beruf befördert zu werden zum Beispiel. Es kommt vor, dass manche Leute, die befördert wurden, sehr viel Stress haben und sie haben das Gefühl, dass sie nicht gut genug sind für ihre neue Position. Sie haben das Gefühl, dass sie Betrüger sind, einfach nur, weil sie in ihrem Kopf denken, dass sie nicht so gut sind, wie andere Leute ihnen sagen, dass sie sind. Und das tritt in ganz vielen verschiedenen Formen auf. Das ist eigentlich sehr präsent bei vielen, vielen Menschen. Und ich höre auch immer wieder in Podcasts, die ich so höre, dass viele erfolgreiche Menschen wirklich mit diesem Problem zu tun haben. Dass sie erfolgreich sind, aber dass ein Teil von ihnen denkt, sie sind nicht gut genug, sie sind ein Betrüger. Weil sie denken, ich bin jetzt erfolgreich und alle sagen, ich bin erfolgreich, aber ich fühle mich nicht erfolgreich. Und ich denke, es ist wichtig, dass wir diese Wachstumsangst überwinden. Und ich denke, wenn wir diese Wachstumsangst überwinden, dann werden wir auch automatisch viel erfolgreicher. Und bei dir könnte das zum Beispiel sein, ich habe keine Ahnung, aber es könnte sein, dass du vielleicht Angst hast davor, fließend Deutsch zu sprechen. Dass ein Teil von dir sich sagt, ich bin nicht eine Person, die Deutsch sprechen kann. Ich habe das nicht drauf, es passt nicht zu meinem Selbstbild von mir und vielleicht kannst du jetzt kurz dir vorstellen, wie das ist. Stell dir vor, wie du in einem Jahr bist. Du sprichst fließend Deutsch. Du hast auch all die anderen Ziele erreicht, die du dir vorgenommen hast und spür mal nach, wie sich das für dich anfühlt. Und das ist zum Beispiel eine Möglichkeit, wie wir uns selbst überprüfen können, ob wir Wachstumsangst haben. Eine andere Möglichkeit ist es auch, auf die Dinge zu achten, die wir uns selber erzählen und diese Gedanken, die wir haben, zu überprüfen und uns auch positive Gedanken zu geben. Zu sagen, ich kann das, ich schaffe das, ich kann das erreichen und es passt auch zu mir. Ich bin eine Person, die ihre Ziele erreicht. Ich bin eine Person, die Deutsch sprechen kann. Ich denke, es ist ein total spannendes Thema und vielleicht kann ich auch noch weitere Videos über dieses Thema machen, denn ich habe sehr viele Ideen noch dazu. Ich meine, wenn wir als Menschheit keine Wachstumsangst hätten, dann denke ich, können wir ganz viele Ziele erreichen. Dann können wir andere Planeten kolonalisieren. Wir können das Altern abschaffen und alle diese Ziele können wir erreichen, wenn wir keine Angst davor haben, als Menschheit große Ziele zu setzen und auch zu erreichen. Ich hoffe, das war hilfreich für dich. Ich hoffe, dieses Video hat dir ein bisschen geholfen, deine eigene Wachstumsangst zu überwinden, denn wir haben alle Wachstumsangst. Ich habe total viel Wachstumsangst, das muss ich zugeben, aber ich fokussiere mich darauf, daran zu arbeiten. Es ist für mich sehr wichtig, dass ich das überwinde. Wir alle haben Wachstumsangst und ich hoffe, dass du mit diesem Video deine Wachstumsangst überwinden kannst. Eine kleine Bitte zum Schluss. Hattest du eine Idee oder eine Meinung, während du dieses Video geschaut hast? Nun, dann schreibe mir doch einen Kommentar in die Kommentare unten und sag mir, was dieser Gedanke war oder diese Meinung. Sag mir und allen anderen Leuten, was du gedacht hast und auch, was du über dieses Video denkst. Das hilft mir, weil ich dadurch Feedback bekomme und so einen Einblick gewinne, was ihr mögt, was ihr nicht mögt und auch, was ihr so denkt. Okay? Das wäre total super. Scrolle jetzt einfach nach unten. Schreibe deinen Kommentar und wenn du willst, hinterlasse auch Kommentare bei all den anderen Videos, die ich gemacht habe. Okay? Das wäre total super. Ich würde mich total freuen. Vielen Dank und wir sehen uns morgen. Tschüss!